Beim Kampf gegen den Klimawandel müssen wir den Ursachen ansetzen und nicht nur die Folgen bekämpfen. Mein CO2 einsparen, kompensieren etc. ist schön, aber wir müssen Ressourcen jeglicher Art einsparen. Mit FUTMORE kaufen wir gemeinsam der klimaschädlichen europäischen Industrie die Emissionsrechte weg und zwingen sie klimafreundlicher zu produzieren. Wir sind Surplus und wir schaffen Bewusstsein für 50 Prozent Lebensmittelverschwendung und haben eine Lösung geschaffen mit einem Online-Shop und einer bio-vegan- und vegetarischen Abo-Box oder Einzelbestellung, die jeder Mensch Geld sparen kann und was Gutes für die Umwelt tut. Von zu Hause. Mach mit! Herzlich Willkommen zum heutigen wegebereiten Politik Talk. Ich bin Markus Sauerhammer, Vorstand vom Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland und darf ein bisschen durch den Nachmittag führen. Die wegebereiten Politik Talks haben wir gestartet, damit wir in Richtung der Bundestagswahl mit den Akteuren, die heute schon Lösungen gestalten für eine enkelfähige Zukunft, den Dialog intensivieren mit der Politik und wollen gemeinsam darauf hinarbeiten, für oder mit der nächsten Bundesregierung dann Rahmenbedingungen für die Gestaltung einer enkelfähigen Zukunft aufzubauen. Der heutige wegebereiten Politik Talk zum Thema Wirtschaft, Welt, Klima ist gemeinsam mit den Entrepreneurs for Future, einem breiten Bündnis von mittlerweile über 5000 Unternehmen, die mit oder die jetzt schon auf eine nachhaltige Wirtschaft, eine klimapositive oder klimaneutrale Wirtschaft arbeiten oder sich eben auf den Weg machen. Und es ist noch genau ein Monat bis zur Bundestagswahl. Das heißt, wir haben noch einen Monat gemeinsam die Impulse zu setzen, damit wir mit der nächsten Bundesregierung von einem so tun, als ob zu einem ernsthaften Handeln kommen. In der Wirtschaft machen sich bereits jetzt viele Akteure auf den Weg und gestalten eben genau diese Wirtschaft, die enkelfähig ist. Und heute haben dann eben auch 24 Unternehmensverbände gemeinsam unter dem Dach der Entrepreneurs for Future ein Positionspapier mit zehn ganz konkreten Forderungen an die nächste Bundesregierung veröffentlicht. Und das Bündnis reicht eben von Pionieren der Nachhaltigkeitsbewegung wie im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft bis zu Tech-Startups, die sich unter dem Dach der Leaders for Climate Action zusammengeschlossen haben. Das zeigt nochmal, dass wir ein breites Bündnis sind, ein sehr diverses Bündnis. Und klar ist, wenn die Politik den Herausforderungen des Klimawandels wirklich mit Innovation und Unternehmertum begegnen möchte, dann dürfen genau diese Akteure eben nicht länger benachteiligt werden, sondern müssen mindestens gleichwertige, wenn nicht förderliche oder eigentlich müssen sie förderliche Rahmenbedingungen bekommen. Ein paar Unternehmen, die genau das tun, haben wir bereits gesehen. Und ich glaube, am besten ist es immer nochmal live zu sehen, welche Akteure machen das und wie machen die das. Und deshalb haben wir jetzt nochmal fünf Beispiele dabei, die euch zeigen, wie sie zu einer klimaneutralen, klimapositiven Wirtschaft beitragen wollen. Christian? Sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin Chris von White Plastik und wir retten wildes Plastik aus der Umwelt, um neue Produkte daraus zu machen und neues Plastik einzusparen. 80% des Plastikmülls ist in der Umwelt gelandet. Das wollen wir retten, sparen damit bis zu 70% CO2, verbessern Lebensbedingungen von SammlerInnen und regenerieren die Umwelt vom wilden Plastik. Moin, ich bin Frederik von Querfeld und wir setzen uns gegen Lebensmittelverschwendung ein. Jede Minute wird in Deutschland eine Tonne oder ein Lkw Lebensmittel weggeschmissen und 30% Obst und Gemüse werden aussortiert, nur weil sie dem Handel nicht schön genug sind. Genau dieses Obst und Gemüse nehmen wir den LandwirtInnen ab und liefern das an die Gastro- und auch an Privatpersonen. Ich mache vielleicht weiter, ich dachte eigentlich Alma wäre. Juliane Kronen von der gemeinnützigen Innatura in Köln. Wir zielen gleichermaßen auf sozialen und ökologischen Nutzen ab, indem wir fabrikneue Konsumgüter, die aus den unterschiedlichsten Gründen ansonsten entsorgt werden, weil sie nicht mehr für den Markt bestimmt sind, bedarfsgerecht an über 2.200 gemeinnützige Organisationen in Deutschland verteilen. Wir haben in den acht Jahren, in denen wir operativ sind, so über 300.000 Tonnen Abfall vermieden und im sozialen Sektor über 20 Millionen Euro eingespart. Herr Michael von Tomorrow, wir bieten nachhaltiges Banking an. Das heißt, wir bieten eine nachhaltige Visa-Karte, die das Klima schützt, sowie ein nachhaltiges Girokonto an. Das bedeutet, wir sorgen dafür, dass die Gelder, die Kundeneinlagen nicht in Waffe und Kohle fließen, wie das bei den klassischen Banken der Fall ist, sondern eben in erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft und andere nachhaltige Industrien fließt und haben aktuell Stand heute schon knapp 90.000 Kundinnen, die mit ihrem Geld bei uns einen positiven Effekt erzeugen. Hallo, ich bin Alma Schribille von Retail und wir bieten klimaneutralen, beziehungsweise aktuell sogar klimapositiven Mobilfunk an, indem wir so ermöglichen, Kundinnen durch eine ganz einfache Konsumentinnenentscheidung, die man einmal treffen muss, was Positives zum Klima beizutragen und nicht zur Klimakatastrophe beizutragen. Und das machen wir, weil es in der Branche Mobilfunk bisher leider gar keine Vorreiterrollen gab, die sich ernsthaft dafür eingesetzt haben, dass sich was ändert. Deshalb machen wir was und hoffen, damit die Branche in Bewegung bringen zu können. Herr Dickes, danke nochmal für eure Impulse. Ich glaube, man sieht, es mangelt nicht an Ideen, es mangelt nicht an unternehmerischer Leidenschaft, sondern genau daran, dass Rahmenbedingungen vorangebracht werden. Spannend ist mit den Rahmenbedingungen, im nächsten Jahr jährt sich der Bericht die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome zum 50. Mal. Das heißt, im Klartext seit 50 Jahren diskutieren wir genau die Notwendigkeit einer Einhaltung planetarer Grenzen für eine zukunftsfähige Wirtschaft. Seitdem hat sich die Lage nicht wirklich verbessert. Und spätestens der neue IPCC-Bericht des Weltklimarats sollte der und dem Letzten die Augen geöffnet haben, dass wir endlich von einem darüber reden, zu einem entschlossenen Handeln übergehen sollen. Und umso mehr freue ich mich riesig über unseren heutigen Keynote-Redner, Professor Dr. Christian Berg. In seinem beruflichen Werdegang verbindet er die Kombination von Wirtschaft und Wissenschaft Fakten auf eindrückliche Art und Weise. Er hat die Bundesregierung bereits vor über 10 Jahren, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, zu Klima- und Nachhaltigkeitsthemen beraten, ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome Mitglied im Internationalen Club of Rome. Und er hat die Gründung der Think Tank 30, einen Wegbereiter für das Empowerment der nächsten Generation, gegründet, angeschoben. Und jetzt bin ich gespannt auf seine Keynote und seine Worte einleiten zum heutigen wegebereiten Politik-Talk. Professor Berg, Ihre Bühne. Lieber Herr Sauerhammer, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die netten, charmanten Worte. Es ist mir eine große Freude und eine Ehre auch hier zu Ihnen zu sprechen. Und die Beispiele, die wir eben gehört haben, haben wirklich Lust auf mehr gemacht. Ganz toll, vielen Dank dafür. Ja, Sie haben es gesagt, 50 Jahre diskutieren wir über Grenzen des Wachstums. Seit 30 Jahren haben wir die Klima-Rahmen-Konvention, seit sechs Jahren das Pariser Klima-Abkommen. Und doch ist es so, wenn man sich in die Welt um uns herum, in der Welt um uns herum umguckt, dann hat man das Gefühl, die halbe Welt brennt, leidet unter extremen Dürren oder wird überschwemmt. Und fast jährlich erleben wir Jahrhundert-Extreme. Gleichzeitig gibt es in der Politik bei den einen immer noch die dumm dreiste Leugnung des Problems, wie diese Woche wieder von einer Bundestagsabgeordneten, die das ganze Problem eigentlich gar nicht erkennen will. Bei anderen ein viel zu lasches Agieren, um es ja allen recht zu machen. Warum ist Klimaschutz, warum ist Nachhaltigkeit so schwierig? Und warum passiert so wenig? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir die Komplexität der Herausforderung lange Zeit unterschätzt haben. Wir haben viel zu lange die Klimakrise als Frage für Klimaforschende betrachtet. Wir haben gedacht, das ist eine naturwissenschaftliche Fragestellung und wir haben geglaubt, dass aus Einsicht auch Veränderung folgt. Dabei wissen wir doch alle, dass das im täglichen Leben meistens nicht so ist. Langsam beginnen wir zu verstehen, welche gesellschaftlichen Folgen die Klimakrise haben wird. Aber wir stehen noch ganz am Anfang bei der Frage, welche gesellschaftlichen Bedingungen wir brauchen, um die Klimakrise zu bewältigen. Und das ist natürlich die entscheidende Frage. Wir haben es mit einem super komplexen System zu tun und komplexe Systeme, ich meine nicht nur das Klimasystem, sondern natürlich den Gesamtzusammenhang der Gesellschaft in Verbindung mit den Ökosystemen. Und komplexe Systeme lassen sich eben leider nicht einfach steuern. Oft genug ist es so, wenn man nach links lenkt, dann geht das System nach rechts oder umgekehrt. Das heißt, man erzielt manchmal das Gegenteil von dem, was man möchte. Und es ist deswegen extrem wichtig, dass wir nicht monokausal auf die Klimakrise schauen, sondern sehr umfassend die Barrieren der Nachhaltigkeit, wie ich sie nenne, in den Blick nehmen. Es gibt unglaublich viele dieser Barrieren und ich habe vor einiger Zeit mal mir die Mühe gemacht, die zusammenzutragen und zu systematisieren. Ich kann davon nur ein paar wenige jetzt erwähnen. Das fängt mit kognitiven Barrieren an. Keiner von uns ist von Natur aus in der Lage, exponentielles Wachstum zu verstehen. Wie problematisch das ist, haben wir während der ersten Corona-Welle gesehen, weil man mit dem Blick auf die vermeintlich noch vielen freien Betten in den Kliniken, manche Leute meinten, man bräuchte die Maßnahmen doch gar nicht, ohne zu sehen, dass eben bei exponentiellem Wachstum rechtzeitiges Handeln extrem wichtig ist. Wir haben keinen Umgang gelernt mit komplexen Systemen. Wie eben schon gesagt, komplexe Systeme reagieren oft total gegenintuitiv. Wir haben daneben auch moralische Barrieren natürlich. Wir haben den inneren Schweinehund. Wir haben Egoismus und Gier. Wie viele gute Projekte sind nicht realisiert worden oder wie viele Initiativen scheitern, weil ein oder mehrere Beteiligten ein riesengroßes Ego haben, das ihnen im Weg steht und das alles einreißt, was vorher mühsam aufgebaut wurde. Wir haben natürlich auch soziale Barrieren. Die Ungleichheit in der Gesellschaft nimmt zu. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Grad an Problemen einer Gesellschaft mit der Ungleichheit wächst. Probleme zum Beispiel definiert als Zahl der Tötungsdelikte, Inhaftierungsraten, Mangel an Vertrauen und andere unerwünschte Entwicklungen. Und wenn man diese Entwicklung verdichtet auf einen Indikator und den aufträgt gegenüber dem Wohlstand einer Gesellschaft, dann stellt man im internationalen Vergleich fest, dass es praktisch keinen Zusammenhang gibt. Das heißt, es gibt reiche Gesellschaften mit wenig und arme mit vielen Problemen und umgekehrt. Es gibt auch reiche Gesellschaften mit vielen Problemen. Wenn man diesen Indikator gegenüber der Ungleichheit der Gesellschaft aufträgt, dann stellt man fest, dass es eine sehr klare Beziehung gibt. Je ungleicher Gesellschaften, desto mehr Probleme haben sie. Und mit dem Blick in die USA kann man sich sehr gut vorstellen, dass das so ist. Es gibt noch viele weitere Barrieren im sozialen Bereich, zum Beispiel Populismus und Fundamentalismus. Es ist erschütternd zu sehen, was man im Moment in Kabul und in Afghanistan erleben muss. Und nicht nur dort sehen wir, welche tragischen und welche problematischen Aspekte Fundamentalismus und Populismus mit sich bringen. Wir erleben natürlich auch in vielen anderen Regionen der Welt solche Entwicklungen, auch bei uns, auch in Brasilien, den USA. Und die besten Klimaprogramme werden nichts nützen, wenn uns vorher die Gesellschaft um die Ohren fliegt. Deswegen ist es extrem wichtig, die Auseinandersetzung mit dem Populismus wirklich sehr ernst zu nehmen. Und aus meiner Sicht ist Ausgrenzen und Moralisieren auf jeden Fall keine Lösung. Im Gegenteil. Und das muss meines Erachtens auch in Richtung mancher politischer Parteien gesagt werden, dass es hier nicht darum gehen kann, einfach nur zu moralisieren. Denn das macht das Problem vielleicht noch viel schlimmer. Wir müssen vielmehr dem Populismus den Nährboden entziehen und auf die zum Teil durchaus berechtigten Fragen von Populisten, denn offensichtlich finden die ja Interesse in der Bevölkerung, die richtigen Antworten geben. Es gibt daneben noch institutionelle Barrieren und dazu gibt es auch sehr viel zu sagen. Ich kann hier nur kurz erwähnen, dass weder der Markt noch die Politik noch das Recht wirklich darauf eingestellt sind, die Herausforderungen der Nachhaltigkeit ernst zu nehmen. Die Preise lügen. Sie sagen nicht die ökologische soziale Wahrheit. Und ein angemessener CO2 Preis ist natürlich wichtig, aber kann nur ein allererster Schritt auf einem langen Weg sein. Die große Herausforderung besteht darin, dass diese Barrieren möglichst umfassend, das heißt möglichst zeitgleich von verschiedenen Seiten adressiert werden müssen. Und das ist eine noch nie dagewesene Aufgabe. Denn noch nie hat die Menschheit vor der Herausforderung gestanden in so kurzer Zeit eine Veränderung, die so grundlegend ist, dass sie Wohnen, Arbeiten, Produktion, Konsum, Mobilität, Verkehr alles ändern muss und wird. Und diese Veränderung aktiv zu triggern, das ist die große Herausforderung. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer, egal welcher Couleur. Denn für diese Transformation braucht es Innovation. Es braucht in allen Bereichen unserer Gesellschaft Innovation. Und wie entsteht Innovation? Sicher nicht durch staatliches Handeln. Auch fällt sie nicht vom Himmel. Es braucht viel mehr Unternehmen. Es braucht kreative Köpfe, die einen gesellschaftlichen Bedarf erkannt haben. Und wir haben eben schon eine tolle Reihe von Beispielen dazu gehört. Und die mit klugen Ideen und attraktiven Produkten und Dienstleistungen an den Markt gehen und diese anbieten. Der Staat und die Politik sind nicht Akteure der Innovation, aber natürlich extrem wichtig, um die richtigen Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass Unternehmen so agieren können. Es braucht verlässliche Rahmenbedingungen, langfristige Rahmenbedingungen, damit man auch weiß, dass sich Investitionen auch lohnen. Auch in zehn Jahren noch dasselbe gilt, was man heute verspricht. Es braucht Förderprogramme für Forschung und Entwicklung, schlanke Genehmigungsverfahren, schlanke Administration und natürlich auch passende Anreizstrukturen und eine letztlich auch innovations- und fehlerfreundliche Kultur, in der Scheitern kein Makel ist, in der wir Dinge ausprobieren können. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht dieselben Fehler machen wie gestern. So wie die Klimakrise nicht einfach nur eine naturwissenschaftliche Krise ist und aus Einsicht schon Veränderung folgt, so wenig dürfen wir meinen, dass wir nur technische oder technologische Lösungen brauchen. Selbstverständlich brauchen wir technische Lösungen, aber wir brauchen daneben natürlich auch soziale Innovationen. Die Technik ist ein Teil der Antwort, aber sicher nicht die einzige. Wir brauchen soziale Innovationen, die Lust auf Veränderung machen, die für alle Betroffenen einen Mehrwert erzeugen und niemanden übervorteilen, die einem ein gutes Gefühl geben und zeigen, dass man auf der richtigen Seite steht. Deswegen ist Sozialunternehmertum nicht einfach nur eine weltfremde Weltverbesserung, sondern ein zentraler Bestandteil der dringend nötigen Transformation. Die Rolle von Unternehmen hat sich gewaltig geändert in den letzten Jahrzehnten. Unternehmen müssen heute viel mehr als nur die Stakeholderinteressen bedienen oder Arbeitsplätze schaffen. Sie müssen einen Wertbeitrag zur Gesellschaft leisten. Das ist die Erwartung. Und diese Entwicklung wird von vielen Seiten unterstützt. Die Gemeinwohlökonomie ist hier zu nennen oder auch die Regulierung, Stichwort CSR-Berichtspflicht, Bemühungen um integrierte Berichterstattung oder eben auch um Sozialunternehmertum. Stets geht es darum, die Leistung von Unternehmen anhand eines breiteren Spektrums zu bewerten, natürlich mit den entsprechenden Schattierungen. Purpose ist das Zauberwort, das viele im Moment umtreibt, denn die jungen Professionals, die wollen wissen, ob ihr Unternehmen Teil der Lösung oder Teil des Problems ist. Man glaubt nicht, wie atemberaubend schnell Veränderungen geschehen kann, wenn die Rahmen richtig gesetzt sind. Und jede und jeder, der oder die mal in einem dynamischen Unternehmen gearbeitet hat, wird das bestätigen. Ich komme zum Schluss. Wer einen Konflikt zwischen Unternehmen und Klimaschutz konstruieren will, der zeigt eigentlich nur, in welchen überholten Kategorien er noch denkt. Meistens sind es Männer. Das ist ungefähr so, als wollte man sagen, ein gutes Dinner könne man nicht mit Messer und Gabel essen. Wir brauchen die richtigen Instrumente, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn man sie richtig einsetzt und die Rahmenbedingungen stimmen, dann können Messer und Gabel ein gesittetes Essen gerade zuerst ermöglichen. Aber es kommt natürlich darauf an, dass man sie auch zu benutzen weiß. Und da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Dasselbe gilt ganz entsprechend für Unternehmen und den Klimaschutz. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt zu hören, was unsere heutigen Gäste aus der Politik zu diesen Rahmenbedingungen zu sagen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Berg. Tolle Worte. Und es ist schön zu sehen, dass auf der einen Seite so lange an dem Thema gearbeitet wird. Auf der anderen Seite ist es klar, dass wir mit der ganzen Arbeit, mit dem ganzen Wissen, was jetzt da ist, auch ein konkretes Handeln kommen müssen. Sie haben nochmal die politischen Rahmenbedingungen betont. Genau das machen wir bei den wegebereiten Politik Talks. Und da begrüße ich David Wortmann, der das Podium moderieren wird. David, schön, dass du dabei bist. Du stellst dann nochmal die Panelistinnen vor. Und von dem her, die Bühne gehört dir und dem Panel. Du bist noch stumm. Ja, da war mein Daumen nicht bereit genug, um diesen Stumpfschalter auszustellen. Hallo und willkommen. Mein Name ist David Wortmann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von DW ECO. Und Markus hat mich freundlicherweise gefragt, hier die Moderation zu machen, was ich sehr gerne tue. Und begrüße hiermit auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits gesprochen haben und die jetzt noch kommen werden. Wir haben in der Tat eine kleine Panel-Diskussion hier zusammengestellt mit den folgenden Gästen. Und zwar auf der einen Seite Lisa Badum. Sie ist die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag und wird etwas später zu uns kommen, so gegen 16.35 Uhr. Wir haben Fernald Lubomila Jordanova dabei. Sie ist Geschäftsführerin von Plan A. Ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Treibhausgasemissionen von Unternehmen zu messen und auch zu helfen, diese zu kompensieren bzw. auch zu reduzieren. Marit Gersen ist noch mit dabei von den Entrepreneurs for Future, ein breites Unternehmensbündnis, das sich im Kontext der Fridays for Futures mit gegründet hat. Und last but not least Lukas Köhler, Dr. Lukas Köhler. Er ist der klimapolitische Sprecher der FDP, aber auch Generalsekretär der FDP in Bayern und sitzt auch mit als Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Ich heiße euch Halle herzlich willkommen. Hallo. Wir hatten uns das so überlegt, dass wir kurz ein paar Eingangsstatements machen und dann hoffentlich die Kurve Richtung 16.35 Uhr so schaffen, dass sich Lisa Badum entsprechend mit einwählen kann und dann mit dabei ist. Und dann in eine Diskussion kommen bis ungefähr 17 Uhr. Und dann würden wir auch sehr gerne eure, die online mit dazugeschaltet sind, eure Fragen noch mit dazunehmen. Ich hoffe, ich kann sie irgendwie technisch hier mitbekommen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass die Regie irgendeinen Weg findet, mir diese Fragen hier noch mit reinzuspielen. Ja, also herzlich willkommen. Das ist erstmal so zum Ablauf und fangen wir doch einfach mal an. Marek Gersen, du bist von den Entrepreneurs for Future. Ihr habt, glaube ich, just heute ein Forderungs- und ein Positionspapier veröffentlicht mit der Überschrift Die Wirtschaft braucht klare Rahmenbedingungen, auch beim Klima. Was habt ihr denn vor? Wie müssten denn solche klaren politischen Rahmenbedingungen ausschauen? Ja, hallo in die Runde. Genau, Marek Gersen vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Ja, zu den Rahmenbedingungen. Also klassische Industrieverbände wie der BDI pochen ja gerne auf das Prinzip der Freiwilligkeit. Aber damit die Wirtschaft insgesamt auch umsteuern kann, sind natürlich Rahmenbedingungen notwendig, die zum einen verbindlich und für alle gelten. Diese Verbindlichkeit hat ja auch das Bundesverfassungsgericht eingefordert. Die hat die letzten 16 Jahre gefehlt. Und zum politischen Rahmen. Aktuell gibt es schlicht keine fairen Märkte für Klimaschutz. Und ganz genau, wie du sagst, natürlich weisen die erstmalig gemeinsam und heute präsentierten 10 Punkte des Forderungskatalogs von den mehr als 20 zukunftsorientierten Wirtschaftsverbänden genau den Weg auf, wie der politische Rahmen aussehen muss, damit wir eben diese fairen Märkte für Klimaschutz erhalten. Und ja, bei den 10 Punkten. Also ich werde jetzt nicht alle durchgehen. Das Forderungspapier wurde hier auch gerade schon im Chat gepostet und ist auch auf der Webseite Entrepreneurs for Future zu finden. Aber hervorzuheben ist vielleicht zum einen die CO2-Bepreisung. Also es braucht eine lenkungswirksame CO2-Bepreisung aus Sicht der Zukunftswirtschaftsverbände. Die muss für alle emittierenden Sektoren gleich oder verteilungsgerecht eingeführt werden. Außerdem bedarf es der Abschaffung der klimaschädlichen Subventionen, damit die klimaneutralen Technologien halt wettbewerbsfähig überhaupt erst sein können. Gefordert wird ein schnellerer Kohleausstieg und zwar bis 2030 und ebenso auch ein Energiewende-Booster. Also ein viel ambitionierterer Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, eine deutliche Anhebung der Ausbauziele. Und ebenso soll es ein Klimacheck für alle Gesetzgebungs- und Investitionsvorhaben geben. Das heißt, in allen Politikbereichen müssen diese unter dem Vorbehalt entwickelt werden, dass sie mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sind. Und ja, dafür stehen wir auch mit den Entrepreneurs for Future, die diesen Forderungskatalog ebenfalls unterstützen. Und wie Markus, glaube ich, vorhin schon sagte, mit mehr als 5000 Unternehmen täglich zeigen, Wirtschaft und Klimaschutz, das geht zusammen. Und ganz nach dem Otto der heutigen Diskussionsrunde hier, Wirtschaft wählt auch Klimaschutz. Also wir stehen ja genau einen Monat vor den Wahlen und Klimaschutz ist nicht mehr nur nice to have. Ich glaube, das stammt so in etwa von Luisa Neubauer, sondern ist halt auch immer mehr eine klare Frage des Wirtschaftsstandorts. Und die Überschwemmungen unter anderem in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Rheinland-Pfalz, auch brennende Felder in Brandenburg, machen dies aktuell sehr deutlich. Die Klimakrise ist auch eine Krise für den Wirtschaftsstandort. Und das Bündnis der Zukunftswirtschaft fordert deshalb die Chance für einen ambitionierten Klimaschutz, nicht nur für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen, sondern auch als Basis für unser wirtschaftliches Handeln. Und von der neuen Bundesregierung erwarten wir also ein verlässliches Rahmenwerk, ein zukunftssicheres Regelwerk, in dem wirksamere, ambitioniertere und schnellere Klimaschutzpolitik verankert ist. Danke, Marit. Lubomila, machen wir doch mit dir weiter. Du bist Gründerin von Plan A und als Unternehmerin habt ihr einen Geschäftszweig eröffnet, der im Prinzip eigentlich gar nicht so sehr, aber da kannst du es gerne aufklären, gar nicht so sehr auf die Politik setzt, sondern sagt, nein, wir gehen jetzt sozusagen in die Wirtschaft, wir brauchen gar nicht diese politischen Rahmenbedingungen, wir machen das schon irgendwie freiwillig. Brauchen wir überhaupt noch strenge Rahmenbedingungen für das Klima? Ja, wir glauben so. In Plan A fokussieren wir uns auf Wirtschaft und Technologie und das für uns sind die Lösungen, genau für die Klimawandelsituation, die wir heute haben. Vielleicht, wenn ich alles, was ich über das Thema oder einige Ideen, die wir in Plan A und auch Green Tech Alliance über das Thema haben, zusammenfassen kann. Die letzten Wochen und Monate haben uns deutlich gezeigt, wie katastrophal die Auswirkungen des Klimawandels schon heute sind. Das bedeutet für alle, wir müssen jetzt handeln. Die Wirtschaft spielt dabei eine Schlüsselrolle. Also, wenn wir in drei Punkten das zusammenbringen können, als Mitbegründerin der Green Tech Alliance habe ich täglich mit einer Community von über 1.000 engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, die innovative und wirksame Lösungen für verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit Klimawandeln anbieten. Die riesige Potenzial, was in dieser Innovationskraft steckt, wird aber häufig ausgebremst durch fehlendes Startkapital oder Mentoring. Über zielgerichtete Förderung von Innovationen und digitalen Technologien muss die Politik eigentlich zu allerdings passenden Rahmenbedingungen für Green Growth schaffen. Bei dem zweiten Punkt geht es um die Hauptermitteln von CO2. Da sind die Unternehmen. Über einen effizienten Ausbau des europäischen Emissionshandels müssen wir die Emissionen in allen Sektoren so schnell wie möglich senken. Damit europäische Unternehmen trotzdem wettbewerbsfähig bleiben und es ein globaler Kampf bleibt, brauchen wir eine schnelle und wirksame Umsetzung des Carbon Border Adjustment Mechanism. Und zuletzt, also wir bei Planer unterstützen Unternehmen täglich dabei, ihre Emissionen zu überwachen, zu reduzieren und gleichzeitig ihre ESG Performance zu verbessern. Viele von den Tausenden Unternehmen, mit denen wir schon gesprochen haben, mit denen wir in Kontakt sind, freuen sich über unsere wissenschaftlich basierte Plattform, weil sie sich bezüglich ihres Emissionsmanagements verloren fehlen und Sorge von unfreiwilligem Greenwashing haben. Und die Sorge ist eigentlich begründet. In den letzten Jahren sind auf dem Markt immer mehr nichtstaatliche freiwillige Labels aufgetaucht, mit denen sich Unternehmen als grün oder nachhaltig verkaufen können. Intransparenz und enorme Qualitätsunterschiede der Labels erschwert es Kunden und Investoren zwischen Unternehmen zu unterschieden und die wirksamen Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von CO2-Emissionen ergreifen. Und solchen, die nur vorgeben, nachhaltig zu handeln. Wir glauben, dass es die Aufgabe der Politik hier erhaltliche, verbindliche Transparenzstandards für die Bilanzierung von Emissionen von Unternehmen einzuführen, Um die Ergebnisse so ausgekräftigt wie möglich zu gestalten, muss auch die einheitliche und vollständige Auskunft von CO2-Emissionen Bestandteil der gesetzlichen Verpflichtung sein. Und nur ein Satz über die Positionpapier von Entrepreneur for Future. Wir glauben, es gibt eigentlich viele spannende Impulse dort, mit denen wir eine nachhaltige Wirtschaft mit Hilfe politischer Rahmenbedingungen schaffen können. Und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön, Lube Miller. Lukas Köhler, wir hatten ja schon das Vergnügen gehabt, zu Beginn dieser Woche miteinander ein längeres Gespräch zu führen und haben uns viel über Marktbedingungen unterhalten. Wie viel können Unternehmen, was kann die Politik? Jetzt hast du ja vier Jahre lang auf der Oppositionsbank gesessen und hast das Treiben dieser Regierung zugeschaut. Was meinst du denn? Was meint die FDP? Muss denn sich denn jetzt an den politischen Rahmenbedingungen ändern, damit wir tatsächlich diese Transformation Richtung einer nachhaltigen Wirtschaft gewährleisten können? Ich glaube, die Analyse ist ja schon sehr, sehr klar und sehr deutlich. Wir haben ja in den unterschiedlichen IPCC-Berichten, in dem Bericht jetzt, der zu den Klimafolgeschäden kam, das Ganze nochmal erneuert hat, aber auch im Sonderbericht 1,5 Grad sehr deutlich gesehen, dass wir einen dringenden Handlungsbedarf haben. Und zwar einen sehr, sehr großen. Und ich fand auch das Eingangsstatement sehr, sehr gut, weil es nochmal herausgestellt hat, dass Klimapolitik ja immer zum Ziel hat, eine Gesamtveränderung darzustellen. Und ich glaube, die Frage der Komplexität und die Frage der Komplexität im Rahmen der wirtschaftlichen Veränderung ist in einem Ausmaß vorhanden, dass sich nicht in der aktuellen Diskussion weder im Regierungshandel noch in der Diskussion innerhalb der politischen Landschaft widerspiegelt. Und das ist ein Problem, weil, oder wie komme ich zu dieser Aussage? Der Punkt dahinter ist, dass wir ja nicht darüber reden, einzelne Teile unseres Wirtschaften oder Lebens zu verändern, sondern es geht ja im Kern darum, jeden einzelnen Bereich, im Moment sind eigentlich alle Bereiche in irgendeiner Form abhängig von CO2-intensiver Energie. Und jeder Einzelne in dieser Bereiche wird sich verändern. Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf Industrie, auf Start-ups, auf Wirtschaften, sondern natürlich auch massive Auswirkungen auf unsere soziale und gesellschaftliche Struktur. Und dem müssen wir gerecht werden. Und aus unserer Sicht, aus Sicht der Freien Demokraten, bedeutet das, wir brauchen A, eine klare Zielvorgabe, die eindeutig die Möglichkeit schafft, CO2 so zu reduzieren, dass wir 1,5 Grad kompatibel Politik gestalten. Das geht aus unserer Sicht hauptsächlich dadurch, dass wir quasi alle Klimapolitik, die wir machen, aufeinander abstimmen. Wir schlagen vor, ein CO2-Limit einzuführen. Das sinkt ab jährlich, also es wird immer weniger quasi, bis netto Null. Und dieses CO2-Limit hat einen für die FDP vielleicht recht untypischen Ansatzpunkt, nämlich ein Verbot. Den Verbot des Ausstoßes von CO2 überhalb dieses Limits. Das ist eine sehr, sehr klare staatliche Vorgabe. Denn ich glaube, dass der Markt, das Wirtschaft, das Wettbewerb, das Innovation extrem viel lösen kann. Aber eben nur dann, wenn Regeln und Regulatorik innerhalb eines Marktes vorhanden sind. Damit schaffen wir eine Knappheit mit diesem CO2-Limit. Die Verteilung des CO2-Limits, des Einheitlichen, die würden wir allerdings dann tatsächlich dem möglichst effizienten Instrument überlassen, das es gibt. Das ist der Markt. Und deswegen schlagen wir vor, den Emissionshandel so auszuweiten, dass er alle Sektoren und alle Treibhausgase umfasst. Und dann entsprechend mit diesem CO2-Limit versehen die Wirkung, die er jetzt im Industrie- und Energiebereich schon erfüllt, auch daran übertragen wird. Das ist aber nur der erste Schritt. Ein CO2-Preis ist keine Silver Bullet. Das ist sicherlich nur quasi die Fokussierungsgröße, an dem wir den Rest ausrichten. Es geht dann natürlich um die Frage, wie investieren wir? Wir müssen als Staat investieren, wir müssen in Infrastruktur investieren, egal ob in Ladeinfrastruktur, Netzausbau, erneuerbare Energien. Aber auch in Entwicklung und Förderung von neuen und innovativen Ideen. Da gibt es natürlich eine Menge anderer Dinge außerhalb des Klimabereichs. Da reden wir wahrscheinlich heute Abend nicht oder heute Nachmittag nicht drüber. Aber natürlich müssen wir auch über Fragen, wie wir Finanzierung, wie wir Venture Capital in Deutschland organisieren und so ansprechen. Einen Bereich aus der Finanzindustrie vielleicht noch als Hinweis. Ich glaube nicht nur die ESG-Ratings, die ja schon angesprochen worden sind, relevant, sondern auch die Taxonomie. Also die Art und Weise, wie auf europäisch, das war jetzt kein Vorwurf gewesen, sondern das war eben, glaube ich, ist ja die Weiterentwicklung der ESGs. Zu der Taxonomie nur eine Idee, um zu verdeutlichen, wie wir als Freidemokraten vorgehen wollen, würden und hoffentlich auch werden. Es geht in der Taxonomie ja darum zu definieren, was ist eigentlich nachhaltigend investieren. Ich glaube, es ist falsch zu sagen, wir können quasi festlegen, dass ein bestimmtes Element einer Wirtschaftsstruktur gut oder schlecht ist, sondern es geht immer um den Prozess, den ein Unternehmen nimmt. Ein Unternehmen, das heute noch Kohle verstromt, um Geld zu generieren, kann ein Unternehmen sein, das für den Klimawandel fürchterlich ist. Es kann aber auch ein Unternehmen sein, das einen Plan hat, wie es aus dieser Kohleverstromung aussteigen will und damit Erneuerbare erreichen will. Das müssen wir genauso in den Blick legen. Der letzte Satz, ich glaube, also es gibt noch viel mehr Punkte, aber da kommen wir bestimmt gleich zu und ich will das nicht überstrapazieren, die Zeit. Ein letzter Satz noch. Ich glaube, dass wir keine Klimapolitik machen können, die nicht auf Akzeptanz und sozialen Ausgleich setzt. Denn Klimapolitik inhärent ist sozial ungerecht. Sie kann gar nicht sozial gerecht sein, denn sie verändert ja jeden, wie gerade angesprochen, Lebensprozess. Sie macht alles teurer, egal ob ich einen CO2-Preis wähle oder ein staatliches Instrument wie ein Verbrennerverbot. Beides hat Kosten. Die einen sind transparent, die anderen sind intransparent, aber beides hat Kosten. Und deswegen müssen wir Sozialpolitik machen, um Klimapolitik auszugleichen. Wir brauchen eine Klimadividende, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern direkt Geld zurückzahlen. Wir müssen aber auch andere Instrumente reduzieren, die Energiesteuer zum Beispiel, die einfach blind Strom teurer macht, ist kein wirksames Instrument. Genauso müssen wir Planfeststellungsverfahren nutzen, um sie schneller, einfacher, konkreter so zu machen, dass am Ende weniger Kosten entstehen. Ich glaube, wenn wir diese riesige Herausforderung mit den tausend Punkten, die ich jetzt leider nicht angesprochen habe, hinbekommen, dann kriegen wir ein funktionierendes und auch auf Innovation und Entwicklung, egal ob im technologischen oder sozialen Bereich, abgestimmte Klimapolitik hin. Besten Dank dir, Lukas. Jetzt habe ich mal geschaut, ob die Lisa schon mit dabei ist. Aber wenn ich das richtig sehe, ist sie noch nicht mit dazu gestoßen. Deshalb würde ich einfach mal gerne Richtung Wahrheit dann vielleicht noch mal in den Bogen spannen. Die Entrepreneurs for Future ist ja ein loses Bündnis von Unternehmen und Unternehmern. Dann stellt ihr hier ein neues Unternehmertum fest, welches sich auch in diesem Bündnis zum Ausdruck bringt, welches möglicherweise auch andere KPIs und andere Ziele hat als klassischerweise Wachstum, Gewinnoptimierung und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, Professor Dr. Berg hat gerade schon das Stichwort Purpose genannt. Also es ist sicher zu beobachten, dass immer mehr Unternehmen sich heute mit ihrem Zweck, ihrem Purpose beschäftigen. Und das interessiert natürlich auch die Verbraucherinnen, die das verstärkt nachfragen, aber auch gleichzeitig Nachwuchs und Fachkräfte. Jobs mit Sinn sind gefragt und gleichzeitig die Finanzwirtschaft und Investoren schauen verstärkt auf den Unternehmenszweck und fragen nach dem Purpose. Da wird Nachhaltigkeit quasi ganz automatisch zum zentralen Thema auch für Wirtschaftsunternehmen. Zu dem rechnet es sich ja auch. Und ja, an dieser Stelle passt vielleicht auch ganz schön die Überschrift, mit der gerade eine Reportage über uns betitelt wurde. Profit, aber Öko, also ökologisches Wirtschaften und damit Profitabel sein. Und zum Beispiel ist Werner Merz mit seinen Froschprodukten ja Marktführer bei allgemeinen Reinigungsmitteln. Der Markt für Bio-Lebensmittel hat 2020 einen Umsatzplus von 22 Prozent verbucht und beläuft sich jetzt so auf 15 Milliarden Euro etwa. Und auch Firmen wie Jobrad-Boom seit Jahren, weil sich Mobilität auch verändert. Das heißt also Nachhaltigkeit ist in jedem Fall Megatrend und das liegt sicherlich auch an dem gesellschaftlichen Wandel, der durch die For-Future-Bewegung mit einem starken Umweltbewusstsein, aber auch gestiegenem Gesundheitsbewusstsein und aber auch der Bereitschaft, persönlich Verantwortung zu übernehmen, ins Rollen gebracht wurde. Lobo Mila, vielleicht nochmal die Frage auch an dich. Ihr seid viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterwegs. Habt ihr den Eindruck, dass hier das Prinzip der Freiwilligkeit reicht, wenn es darum geht, der eigenen Klimagerechtigkeit gerecht zu werden? Oder an welchen Stellen ganz konkret würdet ihr euch da noch mehr politische Rahmenbedingungen wünschen? Wie, um jetzt Herrn Professor Christian Berg nochmal zu zitieren, damit die Sitten sozusagen am Tisch hier etwas besser werden. Ja, also von unserer Erfahrung gibt es eigentlich Vorteile von einigen besser definierten Rahmenbedingungen von Aktivitäten von Unternehmen, wenn es um Klimawandel geht. Freiwillig hat bis jetzt nicht so viele Resultate, Ergebnisse uns gegeben. Also wir warten noch auf viele von den großen Konzernen, um Net Zero Commitments zu hören. Auch gibt es nicht so viele Unternehmen von den großen, die wirklich ihre Emissionen reduziert haben. Das kann man sehen von allen von den Berichten, die wir letztes Jahr gesehen haben. Deshalb brauchen wir unserer Meinung nach einige Instrumente, die uns helfen können. Und wir als Planner, aber auch viele von den Mitgliedern von den Green Tech Alliance, glauben wirklich viel an die verschiedenen Instrumente, die Teil von den EU Green Deal sind. Ein Beispiel, das ganz interessant ist, ist der Social Climate Fund. Das ist ein gutes Instrument, um Haushalte mit niedrigem Einkommen oder Mikrounternehmen zu unterstützen, die steigenden Preise für Strom und Mobilität zu zahlen. Wenn es um Unternehmen geht, also CO2-Preis ist natürlich ein gutes Beispiel. Und ich glaube, es gibt gute Ideen bei dem Positionspapier von Entrepreneur for Future. Und ich glaube, heute gibt es schon viele Beispiele von Instrumente, aber die müssen wir wirklich implementieren und als Teil von den ganzen Deutschlandagenten haben, anstatt nur kleine Experimente in verschiedenen Plätzen zu haben. Wunderbar. Ich habe gerade gesehen, dass Lisa Badum inzwischen mit dazu gestoßen ist. Hallo Lisa, grüße dich. Hallo. Guten Abend. Hi. Ich habe dich gerade eben schon als die klimapolitische Sprecherin der Grünen im Deutschen Bundestag vorgestellt. Wir haben unsere Diskussion schon gestartet, vor allem mit der Leitfrage auch, was muss sich denn politisch ändern? Lukas Köhler hat ihr als Vertreter der FDP auch ganz klare Verbote ausgesprochen, die es geben muss, nämlich vor allen Dingen, wenn es darum geht, den CO2-Ausstoß, die Treibhausgasemissionen über die Zeitschiene hinweg so zu reduzieren, dass an einem Zeitpunkt X tatsächlich auch gar keine Treibhausgasemissionen mehr möglich sind. Jetzt werdet ihr sehr häufig von der FDP wiederum als Verbotspartei diskreditiert. Ich finde die gar nicht diskreditiert, aber zumindest charakterisiert. Ist jetzt nicht mit diesem Verbot, was die FDP fordert, hier ein idealer Koalitionspartner für die Bundestagswahl nach dem 26. September hier da? Ja, die Zeiten der Klischees ist natürlich vorbei. Wir diskutieren ganz offen. Lukas und ich sind ja auch im Umweltausschuss zusammen und sehen das ganz unideologisch. Also ich zumindest und ich denke aber du auch, wir wollen einfach die emissionsfreien Technologien fördern. Und das Ganze ist natürlich das Stichwort Emissionshandel oder CO2-Budget oder CO2-Verbotsgrenze. Ist es natürlich ein bisschen komplexer als nur Zertifikate zu verkaufen? Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber wir wissen ja von verschiedensten Entwicklungen, wenn wir ein Beispiel mit Mobilität nehmen, dass wir alleine über den Preis oder mit einer Maßnahme schwer steuern können, dass zum Beispiel die Autohersteller dann auch rechtzeitig günstige emissionsfreie Autos in großer Anzahl bereitstellen. Da hat es auch andere gesetzliche Vorgaben noch gebraucht auf EU-Ebene, dass die Kommunen die Ladestationen bereithalten. Da braucht es Förderprogramme und bis hin zu anderen alternativen Formen der Mobilität, die vom Startteil auch erst mal das Angebot geschafft werden muss, damit eine Person überhaupt umsteigen kann. Deswegen denke ich, wir müssen da auf den Instrumenten Mix gehen und neben einem CO2-Budget, was wir eigentlich mit dem Klimaschutzgesetz schon haben, da noch weitere Maßnahmen ins Auge fassen. Das heißt, ins Auge fassen, wir müssen sie dringend jetzt einladen. Lukas, du hast ja gerade von Marit, wir alle haben von ihr gehört, dass sich da ein Teil der Wirtschaft auf den Weg gemacht hat, aktiv die Transformation Richtung Ökologie und sicherlich auch sozialem Unternehmertum aktiv zu gestalten. Du sprichst allerdings auch mit der Gesamtheit der deutschen Wirtschaft. Wie skeptisch oder optimistisch bist du, dass auch etablierte Player, also nicht nur diejenigen, die jetzt eine neue Geschäftsidee haben, sondern auch gerade etablierte Player, die vielleicht ein Geschäftsmodell, eine Technologie haben, die nicht mehr den Klimakriterien entspricht, wie wir sie heute anlegen, wie einfach wird es denen gelingen, diese Transformation zu gestalten? Und da wiederum natürlich auch die Frage Richtung politische Rahmenbedingungen, muss man hier dann vielleicht doch ein bisschen differenzierter dann hineingehen, was Lisa gerade auch meinte, dass vielleicht der eine oder andere dann doch ein bisschen mehr inzentiviert werden muss, sich schnell zu transformieren. Also ich glaube, diese ganze alte, noch ein Satz dieser Verbotsdiskussion, Verbotsparteidiskussion, ich glaube, das ist so ein bisschen rum, oder? Also diese, das wird im Wahlkampf immer noch rausgeholt und so, aber normalerweise würde ich sagen, dass es andere Unterschiede gibt zwischen den Parteien, die man irgendwie besser herausstellen kann, weil dann die grundsätzliche Zielthematik zu sagen, okay, es gibt einen CO2-Preis und es gibt einen Instrumentenmix und beides führt zu Klimaschutz. Da würden, glaube ich, Lisa und ich uns nicht widersprechen. Nur die Frage ist dann, wenn man ins Detail geht, wie detailreich baut man so einen Instrumentenmix auf und was bedeutet das sozusagen für den einzelnen Instrumenten? Da wird es dann sozusagen in der Abgrenzung recht klar. Von der Diskussion mit der Gesamtwirtschaft, es gibt Player, und so ehrlich muss man auch sein, es gibt immer noch Player, die haben den Schuss nicht gehört. Es gibt Leute, die wirklich glauben, wir können die alte Welt irgendwie noch aufrechterhalten. Aber, und das hat sich in den letzten vier Jahren meiner Meinung nach massiv verändert, das sind immer weniger. Und das sind eigentlich nur noch in Unternehmen Menschen, aber nicht mehr Unternehmen selber. Egal, ob man mit Stahl, der Stahlindustrie spricht, der Aluwirtschaft oder auch der Energieindustrie, alle haben begriffen, dass die Welt der Zukunft nicht mehr die Welt ist, die wir bisher erlebt haben. Und das heißt, viele machen sich auf den Weg. Es gibt sicherlich noch genügend Spielraum, um noch mehr zu erreichen. Aber selbst eine Shell oder auch eine BASF oder so, die haben alle verstanden, okay, wir müssen da jetzt raus. Es gibt im Mittelstand im Moment noch relativ, gibt es manchmal, glaube ich, noch ein bisschen mehr Vorbehalte, in welche Richtung das Ganze geht, weil die Großen einen anderen Druck verspüren. Wenn ein Larry Fink, das ist jetzt nicht der Erste am Markt, wenn es um grüne Technologien oder grüne Investments geht, aber Larry Fink ist der CEO von BlackRock. Und der hat mal einen Brief geschrieben an alle seine Großen, wo er investiert ist und hat gesagt, pass mal auf Leute, Klimarisiken sind auch Finanzrisiken. Und er hat es ein bisschen netter ausgedrückt, aber im Kern war die Botschaft recht klar, wenn ihr da keinen Plan habt, wie ihr rauskommt aus der Nutzung von fossilen bzw. CO2 und Treibhausgas belasteten Materialien oder Energie, dann habt ihr ein Problem. Und da ist es relativ klar geworden. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem staatliche Anreize brauchen. Ich hatte ja eben schon angesprochen, dass wir investieren müssen, nicht nur in die Infrastruktur, damit überhaupt batterieelektrisches Fahren möglich ist, muss ich natürlich eine gute Ladeinfrastruktur in Deutschland haben. Und hinter der Ladeinfrastruktur hängt natürlich auch das Verteilnetz zum Beispiel. Sondern auch die Frage, wie wir Rahmen und Rahmensetzungen aufgebaut haben. Wir haben ein Energiesystem, das aus den 50er Jahren kommt, in dem man davon ausgegangen ist, man hat irgendwie große Produzenten, Netz und Konsumenten. Die haben wir miteinander verknüpft. Das ist aber nicht mehr das Energiesystem der Zukunft. Wir haben jetzt schon über 50 Prozent Erneuerbare im Netz, beim Strom, nicht bei der Primärenergie, aber beim Strom. Und das heißt, das Energiesystem der Zukunft muss sich darauf einstellen, dass es diese Flexibilitäten viel besser miteinander verknüpfen kann. Das bedeutet aber auch, ein Unternehmen, das CO2-neutral werden will, muss zum Beispiel auf grünen Wasserstoff oder grünen Strom zurückgreifen können, beziehungsweise CO2-neutrale Energie zurückgreifen können. Und die muss so zertifiziert sein, dass das Unternehmen, wenn es sagt, mein Geschäftsmodell baut darauf auf, zum Beispiel CO2-neutral zu sein oder mein Purpose baut darauf auf, Klimaschutz mit zu integrieren, mit in mein unternehmerisches Handeln zu integrieren, dann muss das auch nachweislich möglich sein. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele mehr Bereiche, in denen man das tun muss und auch tun kann. Aber alleine das zeigt, wie groß auch der politische Veränderungsdruck in den nächsten Jahren ist. Ich glaube, das ist ganz spannend. Darf ich noch einen Aspekt ergänzen? Ja, gerne, gerne, mach ruhig. Okay. Ja, man muss schon sagen, dass wir müssen schon wirklich sehen, dass die Klimaschmutzlobby, also einfach die Unternehmen, die noch nicht so weit sind, sehr viel Platz immer noch in der öffentlichen Debatte bekommen und auch sehr viel Geld reinstecken, um Klimaschutzerfolge zunichte zu machen. Also wir dürfen diese Gefahr nicht unterschätzen. Wir haben im Wirtschaftsministerium Lobbyisten gegen Windkraft sitzen. Es ist nachgewiesen, dass Bundesbehörden teilweise von Anti-Windkraft-Initiativen beeinflusst wurden. Wir haben Kampagnen gesehen von der Initiative Neu Soziale Marktwirtschaft, die äußerst grenzwertig sind. Also ganz so easy, dass der Weg da jetzt natürlicherweise hingeht. Ich weiß, du hast es auch nicht gesagt, aber sehe ich es jetzt nicht, sondern ich glaube, wir müssen den Unternehmen einfach mehr Raum und Platz geben, die eben sagen, nein, nicht Carbon Leakage ist das Problem, sondern Green Leakage ist das Problem. Wir sind längst da, wir haben längst die Lösungen und wir wollen einen höheren CO2-Preis. Und uns ist es nicht möglich, wirklich wettbewerbsfähig zu sein, weil die fossilen noch zu stark gefördert werden. Wenn wir Anhörungen im Deutschen Bundestag haben, sei es zum CO2-Preis beispielsweise, war jetzt neulich, war natürlich auch mit Carbon Leakage überschrieben, dann sind häufig so Vertreter dieser alten Schule eingeladen. Und ich glaube, das muss anders werden bei allen Parteien, dass wir mehr die Chancen betonen. Und auch gerade beim Mittelstand, ich habe das auch so erlebt, gerade beim CO2-Preis auf Verkehr und Wärme, dass der Mittelstand auch stark versucht hat, das aufzuweichen, wo ich mir dachte, ich dachte, wir sind ein Land der Dichter und Denker, der neuen Technologien, der Innovationen. Warum wird so viel geredet, was am Alten unbedingt bewahrt werden muss? Und wo sind eigentlich die Pioniere zu sehen? Und das war teilweise eine Einstellung, die ich gerade in der deutschen Wirtschaft gar nicht vermutet hätte. Deswegen glaube ich, es liegt an uns, einfach die Pioniere, diejenigen, die sagen, nein, bitte stellt euch auf der Diskussion einen höheren CO2-Preis, weil wir ihn brauchen, denen einfach mehr Gehör einräumen. Und letzter Punkt, wir haben natürlich eine, die Kohlelobby ist immer noch aktiv, aber die Gaslobby ist auch sehr stark auf den Plan getreten, Stichwort blauer Wasserstoff und so weiter. Und das ist auch eine reelle Gefahr, die wir sehen, dass versucht wird, die Klimadiskussion in Richtung zu lenken, nach dem Motto, da gibt es eine andere fossile Energie, die doch ganz klimafreundlich ist. Das ist jetzt der Weg nach der Kohle. Und da dürfen wir jetzt auf keinen Fall falsch abbiegen und in die falsche Richtung gehen. Und allerletzter Punkt, es lässt sich natürlich auch mit schmutzigen Geschäftsmodellen, wenn man seine Anlagen abgeschrieben hat, wenn man den Markt hat, noch ein paar Jahre lang auch Geld verdienen. Das sehen wir am Verbrenner, das sehen wir jetzt bei der Prämie auch für den Hybrid, der auch im Grunde seines Herzens Verbrenner ist. Und das wird eben versucht, diese Milliarden noch abzuräumen und von einigen auch die Entwicklung längerfristig aufzuhalten. Und da müssen wir Politikinstrumente gegensetzen. Danke, Lisa. Gerne nochmal als Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Stellt bitte eure Fragen. Ich glaube, ich habe inzwischen noch rausgefunden, wo ich sie nachlesen kann. Also bringt euch sehr gerne ein, bringt vielleicht schon mal einen Aspekt hier mit auf, der gerade genannt worden ist, nämlich zum Internationalen. Wir diskutieren sehr stark, auch hier in der Runde. Das ist ja auch weitestgehend auch euer Verantwortungsbereich, Richtung Politik gesprochen, aber auch hier die Vertreterin aus der Wirtschaft. Wir sprechen sehr stark über Deutschland und das, was Deutschland auch machen kann. Wir haben aber gleichzeitig auch eine internationale Verantwortung. Wo seht ihr hier Möglichkeiten, vielleicht auch Richtung Marit und Lugo Miller von Seiten der Wirtschaft auch internationale Bündnisse der progressiven Wirtschaft zu starten, damit hier auch international mehr passiert? Gab es solche Versuche bereits schon? Ich weiß nicht, du, Bumila, ob du erst antworten möchtest. Egal. Okay. Also ich meine, ich glaube zum Beispiel jetzt das Forderungspapier, das wir jetzt heute veröffentlicht haben, ist ein gutes Beispiel, wie über Verbände hinaus Bündnisse geschlossen werden können, um mit einem gemeinsamen Ziel, in diesem Falle Wirtschaft und Klimaschutz, sich gemeinsamer Forderungen zu einigen. Und ich kann jetzt keines benennen, ich weiß nicht, ob es international da schon was gegeben hat, aber auch die For Future Bewegung ist ja international vernetzt und warum sollte es das nicht auch für die Wirtschaft, insbesondere für die Wirtschaft, geben und können? Vielleicht kann ich zwei Punkte auch hinzufügen. Erstens das Beispiel von Green Tech Alliance und wir haben die Gemeinschaft am Anfang von der Covid-Krise angefangen und jetzt sind wir mehr als 1000 Unternehmen, die sich auf digitale Technologien für Klimawandellösungen fokussiert. Alle diese Unternehmen sind eigentlich aus der ganzen Welt. Wir haben natürlich in Deutschland angefangen, weil ich in Berlin basiert bin, alle anderen Mitglieder auch in Berlin basiert sind und jetzt, aber jetzt sind wir wirklich international. Es gibt so viele verschiedene Lösungen und die gute Sache ist, dass alle diese Lösungen fokussieren sich auf die Probleme, die in den verschiedenen Ländern existieren. Das bedeutet, das sind ganz lokal und helfend, die wirklich die lokale Probleme zu lösen. Was interessant dort ist, ist, dass diese Unternehmen können keine Unterstützung finden in den verschiedenen Ländern, wo sie sind. Und man kann sehen, dass Deutschland wirklich gut, wenn es um Netzwerk, wenn es um Denkweise an Klimawandel, an Nachhaltigkeit gut ausgerichtet ist. Aber es gibt noch ganz viel zu tun, um diese Unternehmen wirklich gut zu unterstützen. Und ich habe am Anfang bei meiner Position erklärt, dass wirklich Startkapital und Mentoring fehlen und wirklich diese digitale Technologien müssen von der Politik mit passenden Rahmenbedingungen für Green Growth unterstützt werden. Und ja, vielleicht hast du es ein gutes Beispiel. Das zweite Beispiel ist vielleicht die Entwicklung dank dem EU Green Deal. Jeden Tag sehen wir verschiedene Projekte, die sich auf Zusammenarbeit von verschiedenen Ländern fokussieren. Und natürlich, wie auch was Herr Köhler gesagt hat, sind diese Instrumente nicht genug. Also wir brauchen natürlich viele verschiedene Aktivitäten und Zusammenarbeit. Was von der Seite von der Wirtschaft, von den Unternehmen wichtig ist, ist, dass wir wirklich in Zusammenarbeit mit der Politik, mit den Wissenschaftlern, mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, was heute nicht wirklich wahr ist. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten um Zusammenarbeit und wir brauchen weitere Unterstützung und auch nur Gespräche, um diese Lösungen weiter in der Publik zu bringen. Ein Thema, Lukas, was aus dem Publikum hier noch mit reingespielt worden ist in den Chat, ist die Frage, wie sozusagen ein System ausschaut, was möglicherweise Nachhaltigkeit zu Klimaschutzkriterien standhält, ist ganz grob skizziert und zugespitzt wahrscheinlich auch ein System, was ja mit sehr geringen Grenzkosten möglicherweise auskommt. Wenn wir uns anschauen, die erneuerbare Energien, die operativ gesehen keine Treibstoffkosten haben, vielleicht bis auf die Biomasse. Wir haben auch im Bereich der Mobilität sehr geringe Grenzkosten in der Zukunft, wenn es um Elektromobilität geht, weil einfach hier im Vergleich zu Benzin oder Dieselpreisen auch der gefahrene Kilometer sehr viel günstiger wird. So haben wir es auch dann wahrscheinlich mit einem System zu tun, was hohe Investitionskosten erfordert in das System, in Infrastruktur selber hinein, Ladeinfrastruktur, der Ausbau der Neuerbare Energien und so weiter und so fort, aber eben auf der operativen Betriebsseite relativ geringe Kosten hat. Jetzt wird man möglicherweise auch sagen können, das kann nicht allein der Markt richten, gerade wenn es um Infrastruktur geht. Siehst du hier ein Argument auch für die FDP zu sagen, hier müsste doch vielleicht temporär der Staat mehr Geld ausgeben, damit diese Infrastruktur einmal steht? Das sind ja zwei Dimensionen der Frage. Das eine ist die Frage, sozusagen entstehen Kosten, ja natürlich sogar sehr hohe Kosten. Egal welche ordnungsrechtliche Maßnahme ich treffe oder egal welche politische Maßnahme ich treffe, ich produziere damit Kosten. Egal ob ich auf die Idee komme, den Motor, eine Antriebstechnologie zu verbieten oder auch eine Subvention auszuschütten, das sind ja trotzdem Kosten, die entstehen. Und da muss man, glaube ich, um eine Effizienz hinzubekommen, auch immer gegenrechnen, was ist der Klimaschutzrespekt davon? Also wie viele Tonnen CO2 kann ich mit wie viel Euro oder wie viel Kilogramm CO2 kann ich mit welchem Euro einsparen? Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns die Zeitdimensionen und die Größe der Veränderungsprozesse anschauen, dass wir immer auch einen Blick darauf haben, wie können wir es möglichst effizient organisieren. Deswegen ist es, glaube ich, auch zentral sozusagen, die Instrumente, die man hat, aufeinander abzustimmen, zu schauen, okay, an welcher Stelle kann ich über Preis Regulierung, über Marktregulierung gehen und an welchen Stellen muss ich investieren? Und natürlich, also natürlich muss der Staat in Infrastruktur investieren, ist doch ganz klar. Also es gibt Dinge, die kann ich und die muss ich marktwirtschaftlich regeln. Und davon, das ist sehr, sehr viel, was ich machen kann. Der Staat ist zum Beispiel kein Innovator. Wir werden keine neuen Technologien entwickeln. Und der Staat, das sagt ja das Bundesverfassungsgericht auch, der Staat hat auch gar keine Ahnung davon, wie Technologien in 10 oder 15 Jahren aussehen werden. Das ist doch nicht die Aufgabe des Staates. Der Staat muss nicht vorgeben, welche Technologie die richtige ist. Der Staat muss vorgeben, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, innerhalb denen dann sich Technologien entwickeln können. Der Staat muss vorgeben, dass eine Mobilität CO2-neutral sein muss. Der muss aber nicht vorgeben, wie diese Mobilität auszusehen hat. Und klar, man muss natürlich diese Rechnung aufstellen, die du gerade gemacht hast. Wie sieht es mit Grenzkosten aus? Und wie sieht es mit Vermeidungskosten aus? Und wie sieht es eben mit Investitionskosten aus? Und diese Rechnung muss ich dann natürlich auch auf die Gesamtheit übertragen. Also wie viel Infrastruktur habe ich bereits? Wie viel alte Infrastruktur habe ich? Kann ich die umrüsten? Kann ich die weiter nutzen? Kann ich die mit synthetischen Kraftstoffen betreiben? Kann ich die mit anderen Innovationsanreizen betreiben? Und wie viel andere neue Infrastruktur brauche ich dazu? Und wie kann ich das klug organisieren? Und dann gibt es einen Bereich zwischen Staat und Markt. Es gibt also sozusagen die Zusammenarbeit. Zum Beispiel, ich hatte den Energiebereich angesprochen. Wenn wir über die Mobilität der Zukunft sprechen, müssen wir gleichzeitig über einen Smart Bridge sprechen. Müssen wir darüber sprechen, wie wir Energieversorgung nicht mehr nur noch als einen Sektor betrachten können, sondern als Teil des gesamten Energiesystems. Warum lassen wir unsere Batterien in den Autos nicht eine Reservekapazität für Strom für das Stromnetz aufbauen? Gleichzeitig gibt es aber auf der anderen Seite, das ist der letzte Punkt dazu, natürlich die Herausforderung, dass eine Industrie, die einen Umbauprozess braucht, natürlich ein gewisses Maß an Planungssicherheit braucht. Das ist beim Wasserstoff so, wenn ich die Stahlindustrie umbaue. Das ist aber bei jedem energieintensiven Industriezweig so. Wenn ich dafür sorge, dass wir ausreichend Primärenergie haben, und da lege ich nicht über die 620 Terawattstunden Strom, die wir im Moment verbrauchen, sondern die 2500 Terawattstunden Primärenergie, wenn ich die nicht in den Griff bekomme und die nicht CO2-neutral mache, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich sehr, sehr schnell ein Problem, weil dann meine Industrie nicht umsteigen kann, weil sie ja keinen CO2-neutralen Energieträger zur Verfügung hat. Und deswegen ist, glaube ich, diese Bandbreite, und da würde ich auch Lisa nicht zustimmen, dass wir nur auf grünen Wasserstoff setzen können, weil das einfach für den Markthochlauf nicht funktionieren wird. Wir müssen natürlich zukünftig und perspektivisch dafür sorgen, dass wir Wasserstoff CO2-neutral produzieren, und das geht am besten über Strom, aber aktuell sind die Kosten dafür einfach noch zu hoch. Und das ist genau, glaube ich, dieser Aspekt, wie kann ich es hinbekommen, jetzt schnell umzusteigen und dann langfristig auf jeden Fall diese, oder mittelfristig auch diese CO2-Neutralitätsperspektive einzunehmen. Lisa, aus dem Publikum kommt die Frage, beziehungsweise Anmerkung, dass auch die Grünen immer noch von Wachstum sprechen, von grünem Wachstum sprechen, und das aber eigentlich ist, und das wiederhole ich jetzt einfach nur, wie es halt im Chat geschrieben worden ist, das will ich jetzt gar nicht jetzt mit einer Aussage jetzt unterstützen an der Stelle, sondern es sei empirisch wohl nachgewiesen, ich weiß jetzt nicht, auf welche Quelle sich dort die Denise Ney bezieht, aber dass es eben hier keinen empirischen Nachweis gebe, dass die 1,5 Grad Klimaziele mit wirtschaftlichem Wachstum auch tatsächlich einzuhalten sind. Jetzt sprechen die Grünen ja auch von grünem Wachstum. Wie siehst du dann die Diskussion innerhalb deiner Partei, und welche Position beziehst du hier insgesamt zu diesem Thema? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss natürlich noch ganz kurz was zum Thema Wasserstoff sagen, weil es wird immer so getan, als ob blauer Wasserstoff und so weiter läge schon in großen Mengen vor, und grüner Wasserstoff muss kompliziert gewonnen werden. Die Wahrheit ist, wir haben eigentlich überhaupt keinen Wasserstoff vorliegen aktuell, und wir überlegen uns jetzt, in welche Richtung wir gehen. Und entweder ist es Richtung fossil, oder ist es Richtung erneuerbar. Also deswegen finde ich die Entscheidung schon sehr relevant, und dann wird es umzwischen möglicherweise schwierig. Aber jetzt zur Wachstumsfrage, also ich glaube, also ich glaube, dass diese Diskussion ein Stück weit auch theoretisch ist und dass wir eher daran arbeiten sollten, wie wir unsere CO2-Emissionen in den Griff bekommen. Und es ist relativ klar, dass wir auch eine Art von Kreislaufwirtschaft brauchen werden, weil wir sonst einfach die Ressourcen, ja, die wir aktuell benötigen, also wir wissen alle, dass wir unsere Erde überstrapazieren, nicht herbekommen. Das heißt, eine funktionierende Kreislaufwirtschaft muss immer auch Teil einer klimaneutralen Zukunft sein. Und ich glaube, dass noch niemand hier sozusagen den Stein des Weisen gefunden hat zum heutigen Tage. Aber wir können ja ganz sicher sagen, dass wir schnell große CO2-Einsparungen auf den Weg bringen müssen und dass wir schnell Kohle, Erdgas und so weiter durch Erneuerbare ersetzen müssen. Und der zweite Punkt ist dann eben zum Beispiel das Thema Ressourcenabgabe oder die Frage, kommen wir wieder zurück zu einer wirklichen sozialen Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft würde bedeuten, dass es um Leistung geht, dass ich mir mein Einkommen und dass ich mir mein Vermögen über Leistung erarbeite. Aber wenn wir Grundstückspreise haben, die, ich weiß nicht, um hunderte von Prozent teilweise in wenigen Jahren steigen, dann hat das ja nichts mehr mit der Leistung von jemandem zu tun. Dann haben wir uns einfach von einer echten sozialen Marktwirtschaft meiner Ansicht nach entkoppelt. Oder wenn eben der Chef, ich weiß nicht, hundertmal mehr verdient als Mitarbeiter. Und ebenso, wenn ich durch Ressourcenausbeutung hohe Wachstumsgewinne machen kann. Das ist einfach unser Webfehler und unser, wo wir ran müssen und was wir beheben müssen. Da gibt es politische Instrumente dafür und in jedem Fall werden es nicht, ich möchte nur das Beispiel Müll hernehmen, das kennen wir alle. Die Energiewirtschaft der Zukunft wird sicher nicht darauf aufgebaut sein können, dass wir ganz viel Plastik erzeugen und das dann in unseren Müllanlagen verbrennen, um Städte zu heizen. Also nur als Beispiel jetzt, um das mal diese abstrakte Diskussion in den Detail zu bringen. Aber ich persönlich bin eher so der Typ Macherin. Ich denke, wir müssen jetzt einfach starten. Die Instrumente liegen halt vor uns auf dem Tisch. Wir haben ein sehr ausführliches Wahlprogramm dazu geschrieben. Und was mir aber bei Lukas Ausführungen halt immer fehlt, ist, welche Gesetze will die FDP dann konkret erlassen, um die Energiewende in Schwung zu bringen und um Richtung klimaneutraler Wirtschaft zu gehen. Abgesehen von einem Reform des Emissionshandels und was auch immer. Darüber kann man ja sprechen. Aber was ist euer Sofortprogramm für die Klimaneutralität? Hundert Tage Regierungsprogramm, FDP, ganz konkrete Maßnahmen. Das finde ich einfach mal spannend. Lukas, magst du direkt diesen Ball noch mal kurz aufnehmen? Wie viel Zeit hast du? Aber ich mache kein Komplett-100-Programm, weil dann sind wir um halb und dann haben wir keine anderen Fragen mehr gemacht. Aber nun mal ganz konkret für die Marktanpassung. Ich hatte es eben, was du nicht da schon kurz angesprochen. Natürlich setzen wir uns dafür ein, dass das Marktdesign eben auf Stärke, viel, viel stärker auf diese Frage Systemdienstleistung, Kapazitätsgrößen und Anpassung der sozusagen der preislichen Struktur eingeht. Das ist der eine Schritt. Also heute sind schon neue, also neue Anlagen, egal ob Wind- oder Solarkraftanlagen, sind heute schon sehr viel, sind am Markt platziert und sind sehr viel günstiger in der Produktion. Der Schritt, wie wir mehr davon ausbauen, ist meiner Meinung nach nicht über neue Ausbauziele im EEG. Ich glaube nicht, dass das EEG ein Instrument der Zukunft ist. Das war gut. Das EEG war ein gutes Instrument, um den Markthochlauf von Erneuerbaren zu finanzieren. Aber heute, wo die Kosten, die Gestehungskosten, das hatten wir gerade im Chat gelesen, die Gestehungskosten schon so niedrig sind, dass ich nicht jetzt in Deutschland, aber in anderen Ländern bei einem Cent im Solarstrom bin und dass in Deutschland auch diese 4, 5 Cent Grenze erreicht ist, brauchen wir kein EEG mehr, um Erneuerbare durchzufinanzieren. Was wir brauchen, sind Planfeststellungsverfahren. Und die müssen so schnell sein, dass wir entsprechend zubauen können. Wir können nicht sechs bis acht Jahre brauchen. Wir brauchen als zweites eine Definition von Speichern. Wir haben keine Definition von Speichern in unserem System. Heute, heute, in dieser, in dieser Woche würden, ich glaube, um die 25 Prozent der Braunkohle schon aus dem Netz gehen, wenn sie denn könnten. Wenn die Bundesnetzagentur nicht sagen würde, nein, ihr müsst in der Leistung bestehen bleiben, damit wir Versorgungssicherheit haben. Wir haben aber keine Speicher in unserem Netz definiert. Das heißt, das wäre der nächste Schritt. Der dritte Schritt ist das Zusammendenken von Gas und, wie heißen die Liga, Stromtrassen, also Gasnetz und Stromnetz zusammenzudenken. Und zwar so, dass wir darüber nachdenken können, wie Netzentgelte so reformiert werden können, dass Strom günstiger wird. Nicht nur für die Industrie, sondern insbesondere auch für Verbraucherinnen und Verbraucher, für Bürgerinnen und Bürger. Denn hohe Strompreise sind nach wie vor sozial ungerecht. Und als letzten Schritt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Art und Weise, wie Bepreisungsmodelle auf staatliche Umlagen und Steuern aufgebaut sind, dass das reduziert wird. Im Moment sind 75 Prozent der Stromkosten Steuern und Umlagen. Wir haben in Deutschland die höchsten Stromkosten in Europa. Und das ist ein Problem. Es ist ein absolutes Problem, dass das nicht funktioniert. Dann der zweite Punkt. Naja, ich rede zu viel. Also was noch kommen muss, ist Negativemissionen. Ganz klar, wir brauchen heute die Diskussion darüber, wie wir Negativemissionen umsetzen und einführen. Das muss nicht morgen passieren, aber in den nächsten paar Jahren. Und der dritte Schritt ist sicherlich der Verkehrssektor. Aber weil David schon gewusstet hat, höre ich auf. Ich habe auch deswegen gehustet, weil schon die Anmerkung aus dem Publikum kommt, dass du den längsten Redeanteil bis lang gehabt hättest. Insofern möchte ich jetzt auch Richtung Lobo Mila noch einmal zu ihr rübergehen. Ist es denn so einfach, wie das jetzt gerade Lukas Köhler beschrieben hat? Wenn man jetzt die Genehmigung beschleunigt, wenn man Umlage und Abgaben reduziert, entfesselt das diese Kräfte in der Wirtschaft, um nachhaltige Technologien voranzubringen? Oder was braucht man jetzt tatsächlich, um diesen Green Growth tatsächlich hinzubekommen? Wir sind davon überzeugt, dass die nachhaltige Umgestaltung unserer Wirtschaft von Investitionen in der digitalen Industrie abhängt. Digitale Industrie und digitale Technologien können zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Also die Emissionen können, viele Technologien können Emissionen reduzieren, wie was wir in Planer machen. Es gibt ganz viele verschiedene Beispiele von Innovationen, die wirklich sich auf Naturgefahrten, Analyse und dann wirklich Vorbereitung sich fokussieren. Alle diese sind Beispiele, die wirklich wichtig für unsere Wirtschaft sein werden, weil wenn wir heute nicht in solche Technologien investieren, werden wir morgen eigentlich nicht vorbereitet sein. Und wie wir schon gesehen haben, es geht nicht um in zehn Jahren, sondern in die kommenden Monate, Wochen. Eigentlich dieses Jahr leider war wirklich eine gute Beweise für was weiter in der Zukunft für uns passiert wird. Natürlich gibt es so viele, und das ist die Arbeit von der Politiker, und ich habe sehr viele Meinungen über Wirtschaft, über Technologie, aber wir müssen wirklich die Wichtigkeit von dieser Innovation, von der Implementation von solchen Innovationen nicht nur sprechen, aber auch als Einführung der Budget haben, weil es dauert ganz lang, wie wir gesehen haben, mit vielen Projekten, nicht nur in Deutschland, aber in ganz Europa, solche Ideen wirklich zu Wahrheit zu kommen. Und ja, ich kann weitere konkrete Beispiele geben von Innovationen, die ganz wichtig für uns sind, aber ich glaube, wenn wir für heute, für morgen heute vorbereitet sein wollen, dann brauchen wir diese Diskussion, aber diese Budget zu vorbereiten. Marit, aus dem Publikum kam noch die Frage und die Anmerkung, dass doch der Knowledge-Behaviour-Gap noch relativ groß sei. Also im Prinzip eigentlich dieses Delta zwischen Erkenntnis und tatsächlich auch Handeln. Siehst du das auch so? Du bist ja auch Mitarbeiterin des Bundesverbandes Nachhaltiges Wirtschaften. Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr euch ja auch zum Ziel gesetzt, ja auch gerade dieses Delta auch zu schließen. Siehst du tatsächlich, dass dieses Delta noch so groß ist? Oder sagst du, nein, wir haben ja schon so viel Zuspruch, auch bei unseren Mitgliedern, Entrepreneurs for Future wachsen. Dieser Teil der Wirtschaft wird immer größer. Ja, würde ich genauso sagen. Also der Teil der Wirtschaft, der täglich zeigt, dass sie mit ihrem Wissen auch dann aktiv werden und handeln für den Klimaschutz, der wächst sicherlich. Also mit den Entrepreneurs for Future, die Initiative ist 2019 gestartet, hat jetzt über 5000 Unternehmerinnen und Unternehmer da am Start. Auch der BNW wächst. gerade sehr stark. Wir haben jetzt knapp 500 Mitgliedsunternehmen. Das macht es, glaube ich, schon ganz deutlich, dass da zumindest bei den Unternehmen, das angekommen ist, dass nach warmen Worten auch Fakten folgen müssen und den Worten entsprechend gehandelt wird und Klimaschutzmaßnahmen in Wirtschaftsunternehmen umgesetzt werden müssen. Können Sie etwas sagen, David? Klar, gerne. Also um Devos Advocate zu sein, vielleicht kann ich etwas Verschiedenes sagen. Meiner Meinung nach ist eigentlich das Delta wirklich visibel. Ich denke, dass die Bildungslücke immer noch beträchtlich ist und wir Zeit aufwenden müssen, um alle Beteiligten in unserer Gesellschaft vorzubereiten. Wir arbeiten mit so vielen Unternehmen. Also Planer hat hunderte von Kunden nur in Deutschland und dann allein in Europa so viel mehr. Und wir müssen noch heute ganz oft die Definitionen von Scope 1, 2, 3 erklären. Also wie man Emissionen kalkuliert, was Greenwashing ist, was das Problem mit Greenwashing ist. Und das ist nur ein Teil von der Gesellschaft. Und wenn wir wirklich mit Einzelpersonen sprechen, dann vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, um die Konzepte von Recycling, von Circular Economy weiter zu erklären. Und ja, also wir sind noch nicht vorbereitet. Und wir können das sehen in den täglichen Gesprächen, die wir mit Unternehmen haben. Die gute Nachricht ist, dass es gibt, wie Marit schon gesagt hat, gehabt hat. Es gibt so viele verschiedene Akteure, die jeden Tag auf dem Thema Klimawandel arbeiten. Und das gibt uns Hoffnung, dass wirklich die Lösungen schon da sind. Und es gibt, dass es wirklich Leute gibt, die seine Zeit und Kenntnisse an dem Thema geben wollen. Aber das Delta ist noch da. Wir kommen jetzt, glaube ich, langsam zum Ende der Diskussion. Vielleicht Lisa, weil du als Letztes dazukamst, an dich die Abschlussfrage. Die Grünen sind ja seit 30 Jahren so etwas aktiv in der deutschen Politik, mal als Regierungspartei, länger natürlich auch als Oppositionspartei. Ihr seid mit einem gesellschaftlichen Konzept gestartet vor einigen Jahrzehnten. Inzwischen haben eigentlich alle demokratischen Parteien Klimaschutz sich zum Ziel gesetzt, auch Umweltschutz und durchaus auch ambitioniert. Durchaus auch, wenn wir auch Lukas Köhler hier zugehört haben von der FDP, auch sehr ernsthaft bemüht, hier auch Lösungen zu finden. Wo siehst du denn jetzt auch als Vertreterin und als klimaschutzpolitische Sprecherin deiner Partei denn die größten Baustellen noch, wenn es eigentlich diesen gesellschaftlichen Konsens für mehr Klimaschutz und Umweltschutz eigentlich schon gibt? Ja, das könnte man denken, dass es diesen gesellschaftlichen Konsens gibt. Und das freut uns natürlich auch, dass viele andere Parteien das übernommen haben oder dass jetzt zum Beispiel Lukas in der FDP das Thema seit ein paar Jahren da auch stark vorantreibt. Das ist alles sehr erfreulich. Aber wie gesagt, ich bin pragmatisch orientiert. Ich möchte, dass wir ins Machen kommen. Und da liegen halt noch zwei Probleme vor uns. Aus meiner Sicht zum einen die soften Klimaleugner. Das hatte ich vorhin schon angesprochen. Das heißt Unternehmen oder Akteure, die sagen, natürlich wollen wir klimaneutral werden. Also die wenigsten außer der AfD leugnen ja noch den menschengemachten Klimawandel. Aber die Technologien, das Wissen dafür, das haben wir eben noch nicht. Wir müssen schauen, wie wir dann irgendwann CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Wir müssen dann gucken, wie das funktioniert. Und dann haben wir vielleicht eine ganz neue Art von Autos irgendwann. Also kauft euch jetzt bitte doch keine Elektroautos und, und, und. Und im Endeffekt aber nur das Ziel haben, jegliche Klimaschutzmaßnahmen hinauszuzögern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Meistens so aus wirtschaftlichen Interessen. Das ist so das eine Problem. Und das andere ist, das kann man auch jetzt immer nicht 100 Prozent voneinander trennen. Es ist einfach, dass, wenn es dann um ganz konkrete Maßnahmen geht, ums Handeln geht, viele sich halt in die Büsche schlagen. Also ich nehme jetzt nur das Beispiel CO2-Preis. Das ist jetzt erstmal keine besonders populäre Maßnahme. Im ersten Schritt, weil man es in einem größeren Kontext sehen muss. Es geht ja darum, das brauchen wir jetzt hier in der Runde sicher nicht sagen, aber wir haben die Diskussion auch häufig am Unvorstand. Es geht ja darum, Anreize zu schaffen für Klimaschutz. Es geht darum, diejenigen nicht länger zu bestrafen. Und das gilt ja genauso für Unternehmen, für Bürgerinnen und Bürger, die Klimaschutz machen. Sonst kommen wir halt einfach nicht voran. Und natürlich Alternativen zu schaffen, zu eben zum Beispiel der Ölheizung und dem Ganzen oder beim Unternehmen dann, dass das Unternehmen kein Erdgas mehr nehmen muss. Aber erstmal ist es natürlich eine Verteuerung und bedeutet Veränderung und ist dann nicht so die tolle Maßnahme zu verkünden, wie wenn ich sage, ich gebe irgendwo Gelder hin oder sonst was. Und in dem Moment haben wir halt ganz konkret gesehen und der C2-Preis war eben verabschiedet von CDU, SPD und Grünen, dass die anderen Parteien halt da nicht mehr zu sehen waren, als es darum ging, das zu stehen vor den Bürgerinnen und Bürgern. Oder beispielsweise Netzausbau. Alle sind abstrakt für den Netzausbau, aber wenn da konkret vor Ort ankommen, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass eine moderne Industrie das braucht und dass eine 100 Prozent erneuerbare Energie, die wir in der Zukunft wollen, diesen Austausch braucht zwischen Regionen noch stärker als jetzt. Wenn dann konkret vor Ort der Netzausbau ansteht, dann sehe ich halt die ganzen Landräte und Landräte und Bürgermeisterinnen dagegen, sich aus dem Fenster hängen, anstatt zu sagen, fürs große Ganze müssen wir das halt machen. Und so gibt es viele weitere Beispiele. Und das nächste Beispiel ist die Energiewende. Ja, da ist leider auch die FDP unterwegs in den Ländern, wo sie regiert, irgendwelche gruden Abstandsregeln mit einzuführen oder dann im konkreten Fall zu sagen, Windkraft im Wald zu verteufeln oder was auch immer, wo ich jetzt auch sage, ich würde mir auch wünschen, dass niemals ein Windrad im Wald gebaut werden muss, auch wenn es ein Pfichtenkiefer-Unokultur-Wald ist, aber wenn wir doch ganz deutlich sehen, dass wir für das Erreichen unserer Energieziele auch diese Infrastruktur brauchen, müssen wir halt diesen Weg gehen und das einfach mit den Bürgerinnen und Bürgern auch durchsprechen. So, und dieses Rückgrat auch in schwierigen Situationen zu behalten und dann zu sagen, Leute, wir machen das, damit euer Leben besser wird. Und das sind die und die Vorteile, die am Ende dabei rauskommen. Und was die Industrie angeht und die Unternehmen, wir werden nur eine zukunftsfähige Industrie und Unternehmen in Deutschland haben mit 100 Prozent erneuerbaren Energien, weil alles andere macht uns abhängig. Also mit allem anderen werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Es ist teurer und so weiter. Darum geht es. Es ist einfach zu machen. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Sorry, dass ich jetzt dann doch so ein bisschen adrop hier reingehe. Ich weiß, ihr und wir haben alle viel zu berichten. Wir sind ein bisschen drüber mit der Zeit. Ich bedanke mich aber sehr, sehr herzlich für diese Diskussionsrunde. Sie hat mir zumindest gezeigt, dass doch eigentlich sehr viel mehr Konsens, sehr viel mehr Gemeinsamkeiten zumindest hier in dem Raum auch existieren. Und dass die Differenzen nicht immer so eindeutig dem einen oder anderen Lager auch zuzuordnen sind, sondern wahrscheinlich auch innerhalb des eigenen Lagers auch zu liegen sind und dort auch zu finden sind. Insofern, glaube ich, können wir hier mit der gemeinsamen Aufgabe hier rausgehen, auch nach der Bundestagswahl einfach unter Demokraten, zwischen Politik, mit der Wirtschaft, mit der Zivilgesellschaft einfach gut zusammenzuarbeiten und wirklich mehr ins Machen zu kommen und weniger über Ziele zu sprechen. Ganz herzlichen Dank euch. Und ich glaube, jetzt übernimmt irgendjemand von euch. Markus, du wieder? Jupp, ich bin wieder da. Also auch dickes Danke für die Podiumsdiskussion. Es war auf jeden Fall ein spannender Abend. Ich glaube, viele Punkte wurden diskutiert, die wichtig sind. Ich glaube, das, was den Leuten, die dabei waren, den Zukunftsunternehmerinnen, nenne ich es einfach mal, unter den Nägeln brennt, ist, dass wir mit der nächsten Bundesregierung wirklich ins Handeln kommen. Es sind die Leute da, die die Lösungen auf die Straße setzen und die brauchen die Rahmenbedingungen. Und von dem her, dickes Danke für die ganzen Impulse. Zum Ende noch mal ganz kurz, wie es denn konkret weitergeht mit Wegebereiten. Genau, ein Danke noch mal an die BMW-Stiftung, die quasi auch mit die wegebereiten Politik-Talks unterstützt. Und ein kurzer Ausblick auf die nächsten Politik-Talks, die anstehen. In der nächsten Woche haben wir gemeinsam mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft den Politik-Talk zur Transformation der Wirtschaft. Wir haben ja heute schon vier an der Schnittstelle zur Wirtschaft. Es wurde auch noch mal klar, dass es eben nicht allein umweltökologische Aspekte sind, sondern dass gesellschaftliche, viele gesellschaftliche Aspekte damit einhergehen, dass wir eine Komplexität zum Managen haben. Es sind die Unternehmerinnen bereit, die genau das gestalten wollen. Aber dafür brauchen sie die Rahmenbedingungen. Darüber wollen wir dann nächste Woche diskutieren. Und Ludmilla hat es ja noch mal genannt, Finanzierung. Genau die Akteure, die so wirtschaften und die zukunftsfähig wirtschaften, und die kommen momentan oft nicht in klassisches Risikokapital hinein. Es gibt viel zu wenig für Green Startups, für soziale Innovationen. Genau da fehlt es an Risikokapital. Und das heißt, wir können noch so oft, und das ist das auch in Richtung Politik, über Lösungen durch Innovation sprechen. Wenn wir den Innovation nicht in passenden Rahmen, nicht das passende Kapital geben, dann wird es nicht funktionieren. Wir haben in dieser Woche zwei Partner-Events. Einmal von der Bundesinitiative Impact Investing, die das ganze Thema Impact Investing noch mal herausstellt. Aktuell zum Beispiel beim Zukunftsfonds vor der Bundesregierung ausgeschlossen. Genau diese Mittel, das Thema Crowdfunding. Und am Donnerstag werden wir dann eine Studie für die Transformationsfinanzierung vorstellen. Und zwar haben wir eine Benchmarking-Studie gemacht, wo wir international noch mal geschaut haben, besonders auf den Hinblick soziale Innovationen, weil es da momentan noch nichts gibt. Was für Instrumente haben denn andere Länder? Was funktioniert schon? Und gerade wenn wir jetzt mit der nächsten Regierung rein starten, was wir von den anderen Ländern lernen können, und wo wir das Thema noch mal diskutieren wollen. Und in der Woche danach werden wir, und da finde ich es auch schön, dass Grüne und FDP dabei sind, weil da steht es überall noch mal im Wahlprogramm mit drinnen, wie können wir nachrichtenlose Vermögenswerte mobilisieren, um hier mehrere Milliarden an Transformationskapital eben auf den Weg zu bringen. Und das neutral für die Steuerzahlerinnen, neutral für den Staatshaushalt. Denn momentan liegen diese Gelder einfach rum, arbeiten nicht. Und das ist, glaube ich, nicht im Interesse der Gesellschaft. Innerhalb der G7 sind wir die Einzigen, die das noch nicht gemacht haben. Also meldet euch gerne an. Es sind noch mal die Links zu den Events im Chat. Seid auch bei den nächsten Politik-Talks dabei. Und in der letzten Woche, kann ich schon mal versprechen, haben wir noch eine kleine Überraschung. Da will ich aber noch nicht zu viel vorgreifen. Also wenn ihr beim Endspurt dabei sein wollt, dann gerne Social-Media-Kanäle abonnieren für Newsletter. Und da werden wir noch mal richtig Druck machen. Denn ich glaube, das ist klar, wir brauchen ein Umsteuern. Wir brauchen Menschen, die Gestaltungsfreiräume haben, um genau diese enkelfähige Zukunft zu schaffen. Die sind da. Und das wollen wir gemeinsam mit der Politik auf den Weg bringen. Von dem her ein dickes Danke für alle, die dabei waren. Dickes Danke für dieses gemeinsame Wegebereiten in eine enkelfähige Zukunft. Und es freut uns auch, dass viele der Themen parteiübergreifend in den Programmen sind. Eine Ausnahme. Und von dem her auf das gemeinsame Gas geben dann nach der Bundestagswahl. Schönen Abend allen. Danke. Danke schön. Tschüss. Schönen großen Runde. Danke.